Musik Award Ceremony of the 2018 UEC Mountain Bike European Championships Preisverleihung der UEC Mountain Bike Europameisterschaften Im Team Relay auf dem dritten Platz und somit Gewinner der Bronzemedaille Team Dänemark, das Team aus Dänemark Das ist Jonas Lindberg, Alexander Young Andersen, Simon Andreasen, Caroline Bohe, Emalene Degen Auf dem zweiten Platz und Gewinner der Silbermedaille Team Switzerland Schweiz Das ist Joris Rief, Alexandra Palma, Alessandra Keller, Sina Frey und Filippo Colombo Auf dem ersten Platz Gewinner der Guldmedaille und somit Europameister Team Italy, Team Italien Das ist Luca Bredo, Marika Tomo, Filippo Fontana, Chiara Teocchi und Yuri Zanotti Und nun sehr geehrte Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten für die italienische Nationalhymne Gitarre 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 independent Primär张 Gitarre 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 F verdict Dimitrisik Gitarre 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 Musik Thank you very much, ladies and gentlemen, and congratulations again to Team Denmark in 3rd, Team Switzerland in 2nd, and Team Italy in 1st, great applause for the 3 nations. Now, Chiara, tell me just a few words to me and to your friends. It was a great emotion, we believed so much, the team was strong, a great congratulations to the team, to the staff, to all my companions. Today it was a beautiful day, everything went well. A great compliment to Yuri, who was the last staff who made a great race and allowed to win this beautiful match. We were able to bring it to Italy after a few years. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you.